Huhu Leute, ich bin Flascher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Patchnode Review Video zum Patch vom 25.02.2020. Ein riesengroßer Balance Patch. Ich habe deswegen die Klassen alle in einzelne Videos aufgeteilt. Einige der Klassen gibt es bereits schon als Videos. Ihr könnt aber auch alle, sobald die Videos verfügbar sind, Links in der Videobeschreibung dann noch angucken. Jetzt in diesem Video werden wir uns mit dem Wächter beschäftigen. Wie immer auch alle Patchnodes zum Mitlesen in der Videobeschreibung. Und wir werden uns hauptsächlich auf den PvE-Bereich konzentrieren und mal gucken, was es jetzt für den Guardian gibt. Für den gibt es nämlich einige coole Buffs, allerdings auch an anderen Stellen einige blöde Nerfs. Von daher, das werden wir mal angucken. Das geht so ein bisschen hin und her bei dem. Trotzdem ein paar ganz interessante Sachen bei. Das erste ist, dass der Langbogen ein kleines bisschen gebufft worden ist, nämlich einmal der True Shot, der wahre Schuss. Hier wurde der Schaden um 10% erhöht im PvE, also einfach nur 10% Damage Erhöhung, was eine ganz coole Sache ist. Der Deflecting Shot, der ablenkende Schuss, zusätzlich zu den Sachen, die er sowieso schon konnte, schubst er jetzt auch Gegner zurück. Das konnte man vorher zwar schon in einen Trade reinmachen, nämlich hier unten bei schweres Licht. Jetzt macht er das allerdings Baseline, also immer, selbst wenn man den Trade nicht hat. Und dann haben wir sogar auch noch Hunter Sword, Jägerschutz, da wurde jetzt ebenfalls vom finalen Einschlag schaden. Ihr seht ja da anfänglicher Schaden und finaler Einschlag schaden. Hier wurde vom finalen Einschlag schaden der Schaden auch nochmal um 10% erhöht. Das heißt, einfach so Buffs für den Langbogen. Heißt das natürlich nicht, dass der Langbogen auf einmal mega super toll ist und alles andere ersetzt, aber es ist natürlich auch nicht schlecht. Naja, dann haben wir außerdem auf dem Zepter die Ketten des Lichts. Hier, das wurde auch gebuft, und zwar einmal die Immobilisierungszeit wurde erhöht auf 5 Sekunden. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, was es vorher war, aber es sind jetzt 5 Sekunden und es ist glaube ich mehr als es vorher war. Das heißt, es macht auch natürlich mehr Breakbar-Schaden, wenn ihr es benutzt, um eine Breakbar zu brechen. Und es macht jetzt auch noch zusätzlich 5er Wundbarkeit. Das ist natürlich auch cool in allen Game-Modes. Also jetzt nicht nur im PvE, sondern auch im PvP und WVW. Das heißt, das ist hier auch eine ganz coole Sache. Dann kommen wir zur ersten Sache, die so ein bisschen hm ist, so hin und her. Nämlich, spürt mein Zorn. Hier wurde der Cooldown verringert auf 35 Sekunden. Der war vorher im PvE, war der glaube ich 45 Sekunden. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber der war glaube ich 45 Sekunden. Und in den kompetitiven Modes, also in den PvP-Modes wie WVW und PvP, war er glaube ich schon 35 Sekunden. Und jetzt wurde es sozusagen für den PvE-Bereich ebenfalls auf die 35 Sekunden runtergeholt. Das heißt, das ist ein Buff. Allerdings hat dieser Skill vorher 8 Sekunden Schnelligkeit gegeben. Jetzt gibt er nur noch 5 Sekunden. Also von 8 auf 5 Sekunden. Das heißt, dass hier in diesem Skill ist sowohl ein Buff als auch ein Nerf mit drin. Was ich genau davon halte, weiß ich noch nicht. Theoretisch sollte jetzt natürlich die Schnelligkeits-Uptime über einen langen Zeitraum höher sein. Denn wir haben schließlich 10 Sekunden kürzeren Cooldown und aber nur 3 Sekunden kürzere Schnelligkeit. Das heißt, insgesamt sollte man mehr Schnelligkeit verteilen können. Wenn der Kampf lang genug ist natürlich, dass man auch mehrmals dazu kommt, spürt mein Zorn auf Cooldown zu benutzen. Naja, dann haben wir Dalt-Senses, getrübte Sinne. Eigentlich größtenteils uninteressant. Vorher, wenn man einen Gegner verkrüppelt hat, hat dieser Trade auch Verwundbarkeit gemacht. Das wurde davon jetzt runtergenommen. Allerdings, vorher war es so, nur wenn man einen Gegner zurückgeschleudert hat, hat man diesen Effekt ausgelöst. Und jetzt im Prinzip bei allen kampfunfähigkeitsmachenden Sachen wie Betäuben benommen, Rückschlag ziehen, Niederschlag senken, schweben, Hochschleunen, Provozieren, Furcht. Das war vorher nicht so. Das heißt, jetzt macht man halt öfter mal Verkrüppeln, allerdings keine Verwundbarkeit mehr. Aber im PvE hat man diesen Trade eh so gut wie nie gespielt, zumindest in den Meta-Bilds. Das ist natürlich immer, immer wenn ich sage, das hat man nicht gespielt, meine ich natürlich die Meta-Bilds und nicht, was jeder persönlich irgendwie, wenn er sein Bild gebaut hat, was er dann gespielt hat. Das kann ich natürlich nicht wissen. Ich rede natürlich immer bei allem, wenn ich solche Aussagen mache, natürlich immer von den Meta-Bilds. Naja, dann haben wir trotzdem schweres Licht. Hier war ja vorher, wie gesagt, dieser Knockback auf dem ablenkenden Schuss drauf. Der ist jetzt hier leider runtergenommen worden. Man kriegt jetzt hier Stabilität, wenn man einen Gegner auch hier wieder disabled und nicht nur beim Zurückschleudern. Also hier sind jetzt auch alle kampfunfähigen Sachen mit drin. Und es ist noch ein Damage-Modifier drin von 15 Prozent, wenn man einen Gegner kampfunfähig macht. Das ist gerade für das PvP, denke ich mal, ziemlich gut. Im PvE haben wir eine Alternative, die halt genauso eine Schadenserhöhung gibt und die man halt einfach öfter rauskriegen kann, als hier jedes Mal nur, wenn man einen Gegner kampfunfähig macht. Und es ist auch eh ein 10 Sekunden interner Cooldown drauf. Von daher ist das jetzt für die Meta-Bilds keine Alternative. Trotzdem nicht schlecht, dass es hier sowas gibt. Klar. Dann kommen wir aber direkt zum nächsten, zum Big Game Hunter. Großwildjäger. Hier ist nämlich auch wieder so eine Art Hin- und Hergewechsel. Ein Nerf. Nämlich trefft ihr einen Gegner, der von eurem Speer der Gerechtigkeit, also F1, gebunden ist, verursacht ihr Verwundbarkeit und erhöhten Schaden. Die Bindungsdauer erhöht sich. Vorher war das hier ein 20 Prozent Damage-Modifier. Jetzt sind es nur noch 15. Das heißt, es wurde von 20 Prozent auf 15 Prozent genervt. Das heißt, 5 Prozent Damage verlieren wir. Stimmt allerdings nicht ganz. Denn vorher war die Erhöhung der Dauer, also wie lange man sozusagen verbunden ist mit dem Gegner, war vorher 33 Prozent länger als standardmäßig. Jetzt sind es 66 Prozent. Standardmäßig sind es, glaube ich, sechs Sekunden, oder? Genau, da seht ihr es. Als zweitoberstes. Gerechtigkeit setzt regelmäßig Brennen ein, solange ihr ein Reichweiteswürger seid. Sechs Sekunden, glaube ich, hat man sich damit mit dem Gegner verbunden. Dadurch, durch diese Erhöhung war es bisher vorher, glaube ich, acht Sekunden. Durch die Erhöhung auf 66 Prozent, seht ihr jetzt, jetzt steht da zehn Sekunden dran. Also wir sind länger verbunden. Das bedeutet, wir verlieren nicht ganz diese fünf Prozent, die man hier verliert, weil wir ja auch länger gebunden sind. Ich glaube nicht, dass man dadurch die fünf Prozent, also diese zwei Sekunden länger eigentlich nur, die man gebunden ist, dass man da die fünf Prozent Damage, die man verloren hat, wieder komplett reinholt, aber man verliert auch nicht komplett fünf Prozent. Also von daher ist es auch wieder so eine Sache, die ein bisschen generft, ein bisschen gebufft worden ist. Naja, dann haben wir eine ganz interessante Sache für die Tugenden-Builds. Es gibt ja zwei richtig starke Builds für den Wächter mit Tugenden. Einmal den Dragon Hunter mit Tugenden und einmal den Core Guardian mit Tugenden, die bei einigen Raid-Bossen richtig, richtig stark sind. Und zwar da, wo man seine Aegis nicht verliert. Das Gute an Tugenden ist nämlich, dass man hier diesen Trade drin hat, unversehrter Streiter, dass man ein 20 Prozent Damage-Modifier, und die gibt es schließlich nicht so oft, ein 20 Prozent Damage-Modifier kriegt, solange man Aegis hat. Aegis verliert man natürlich super schnell, sobald man einmal getroffen ist, ist die Aegis weg. Und in einigen Situationen zieht sogar auch einfach der Umgebungseffekt, der ein Boss hat, irgendwie eine tickende Aura oder sowas, kann hin und wieder mal so eine Aegis einfach wegziehen. Und von daher, in den meisten Builds spielt man das halt einfach nicht, weil es sich nicht lohnt. Es gibt aber ein paar Bosse, wo das ohne Probleme geht, weil man zum Beispiel immer hinter dem Boss steht und der Boss nicht geradeaus attackiert, oder auch einfach den Schaden, den man da so kriegt, in den meisten Fällen die Aegis nicht wegzieht. Und das ist beispielsweise einmal der Moors Hard Aufseher und auch in dem ganz neuen Wing der Erd-Gin. Auch da kann man sehr gut mit viel Aegis spielen. Und da werden beispielsweise diese Tugenden Builds gespielt. Und da haben wir jetzt sogar noch einen zusätzlichen 10% Damage Modifier reingekriegt. Nämlich den hier, Tugend inspirieren. Ihr fügt erhöhten Schaden zu, nachdem ihr eine Tugend aktiviert habt. Und beispielsweise im Fall vom Dragon Hunter macht man das ja sowieso. Denn beim Dragon Hunter verbindet man sich ja immer mit dem F1, mit dem Gegner. Und sobald man den F1 drückt, werdet ihr auch gleich sehen, habe ich den Buff hier unten drin mit den Tugenden inspirieren. Und da ist auch nochmal ein 10% Damage Modifier für 6 Sekunden drin. Was eine ziemlich coole Sache ist, weil ihr seht, ich kann gleich auch schon wieder den Speer benutzen. Und mit Tatenrang natürlich noch schneller. Das heißt, wir kriegen hier nochmal einen 10% Damage Modifier rein und können somit natürlich auch den Damage, den wir hier bei Großfeldjäger verloren haben, wieder reinholen. Und zwar sogar deutlich mehr, denn es sind ja hier 10%. Klar, wir können das nicht zu 100% aufrechterhalten, verstehe ich schon. Aber trotzdem ist das nicht schlecht. Von daher haben die Tugenden Builds jetzt, die beiden für den Dragon Hunter und den Core Guardian, haben jetzt hier sogar auch einen Damage Buff bekommen dadurch. Ich weiß gerade gar nicht genau, was da vorher drin war. Ich glaube, obwohl, ne, weiß ich gar nicht genau, was da drin war. Auf jeden Fall irgendwas, was man halt eh nicht brauchte. Naja, okay, gut. Das haben wir also auch geklärt. Gut, cooler Damage Modifier. Dann haben wir noch beim Aufwiegler, beim Firebrand, haben wir hier einmal diesen Trade, Stoosches Auftreten. Das war so, dass man, wenn man einen Gegner kampfunfähig macht, dass man ihm Brennen und Verlangsamen zufügt. Allerdings ging das nur alle drei Sekunden. Also auf einen einzelnen Gegner konnte man das nur alle drei Sekunden wirken. Also man musste ihn sozusagen alle drei Sekunden kampfunfähig machen. Hier wurde jetzt das Intervall auf eine Sekunde verringert. Also man kann das deutlich öfter auslösen. Ist, denke ich, auch für PvP und WVW interessant, für die PvE-Spiele eigentlich nicht so. Naja, dann haben wir noch, was haben wir noch? Muss nochmal genau gucken, wo die ganzen Skills überhaupt sind. Wütender Fokus, genau. Auch da ist jetzt was Neues. Hier war vorher ein Trade drin, der Verwundbarkeit auf den Gegner gemacht hat, wenn man ihn geblendet, also geblendet und ich glaube immobilisieren. Ich gucke nochmal schnell. Genau, immobilisieren oder blenden. Dann hat man dem Gegner Verwundbarkeit gemacht. Das wurde jetzt geändert. Und zwar, wenn ihr Wut habt, fügen eure Angriffe Verwundbarkeit zu. Also es ist jetzt deutlich einfacher, Verwundbarkeit zuzufügen mit diesem Trade. Sollte aber natürlich im Teamspiel, also was Fraktale und Raids angeht, hat der Boss sowieso in den meisten Fällen idealerweise 25 Verwundbarkeit. Ich weiß, mit einigen Team-Coms hat man tatsächlich wirklich Verwundbarkeitsprobleme. Aber eigentlich sollte man dafür nicht verantwortlich sein, extra diesen Trade reinzunehmen, wenn man dafür sein Großschwert-Trade rausnehmen muss. Von daher, zwar schon ganz coole Änderung hier auf diesem Trade, aber jetzt auch nichts so mega, mega Wichtiges. Jetzt interessiert mich das nochmal. Was war hier nochmal vorher hier bei Tugenden? Was war da nochmal vorher drauf? Das gucke ich jetzt mal schnell nach. Ich habe nämlich nebenbei das Wiki auf. Und dann kann ich das nämlich drauf gucken, was da vorher war. Ach genau, dass man Merciful Sanctuary macht, wenn man unter 25% Lebenspunkte getroffen wird. Also man hat einfach ein Skill ausgelöst, wenn man getroffen worden ist, wenn man unter 25% Lebenspunkte war. Da ist das jetzt hier natürlich deutlich besser. Generell, wenn man Tugenden gespielt hat, hatte man hier auf dem Master-Level, hatte man keine gute Alternative, was man hier an Damage mitnehmen kann. Von daher hat man meistens hier das mit der Aktivierung der Tugend der Entschlossenheit mitgenommen, dass die Zustände entfernt und dass auch der Passive-Effekt stärker ist. Das ist natürlich nicht schlecht, weil man auch hier einfach dann mehr über 90% Lebenspunkte bleibt und vielleicht öfter mal seinen Gelätenruhen-Bonus aufrechterhalten kann und dass man auch zur Not mal Zustände entfernen kann. Mit seinem F2, wenn man zum Beispiel bei Faultyrion ist. Da kriegt man ja regelmäßig zum Teil wirklich richtig dicke Condis reingeknallt. Dann kann man die damit einfach entfernen. Warum man jetzt natürlich bei Faultyrion in Tugendenbild spielen sollte, ist natürlich eine andere Sache. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Jetzt haben wir halt einen echt guten Damage-Buff. Naja, das war's für den Dragon Hunter. Also ihr seht schon, ein paar echt coole Buffs, ein paar Nerfs, ein paar so hin- und hergewechselt. Insgesamt, glaube ich, ist der DPS vom normalen Dragon Hunter ein kleines bisschen runtergegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür von den Tugendenbilds aber höher. Von daher, das Problem ist halt, dass man die Tugendenbilds bei nicht so vielen Raid-Bossen spielen kann, weil man zu schnell die Eggers verliert. Wie gesagt, Mursard of Seer und der Erdgen sind also die einzigen beiden Bosse, wo sich das richtig lohnt. Und da ist man halt noch ein bisschen stärker. Und sonst ist der Dragon Hunter ein kleines bisschen abgefallen. Aber trotzdem ist der immer noch sehr, sehr stark natürlich. Und macht auch immer noch Bock zu spielen. Von daher nicht traurig sein über die Änderungen. Und ja, dann würde ich sagen, können wir den Dragon Hunter bzw. den Wächter damit abschließen und dann mit der nächsten Klasse weitermachen. Das ist dann der Mesmer. Das ist dann der Mesmer. Das ist dann der Mesmer. Das ist dann der Mesmer.